Wir haben in zwei Jahren eine Erhöhung des Verteidigungs- und Militärhaushaltes um über 6 Milliarden. Nur die Erhöhung beträgt 6 Milliarden. Der Klima- und Umwelthaushalt, wo eine Riesendiskussion stattgefunden hat in der Öffentlichkeit, beträgt insgesamt nur 3 Milliarden. Und von den 3 Milliarden geben wir die Hälfte aus, damit wir diesen Mistatommüll irgendwie unter die Erde bekommen. Das heißt also noch nicht mal für Klimaschutz oder für irgendwelche Umweltmaßnahmen. Das ist das Verhältnis, über das wir reden im Bund. Und da soll mir keiner sagen, wir haben nicht genug Geld. Wir geben 50 bis 60 Milliarden jedes Jahr dafür aus, um klimaschädliche und gesundheitsschädliche Subventionen zu finanzieren. Damit sozusagen ein Dienstwagenprivileg, damit manche als ihr Dienstwagen nicht ein praktisches Auto hier für die Stadt nehmen können, sondern ein SUV kaufen können, das bezahlt der Steuerzahler mit. Das wird nicht eingeschränkt. Da gibt es eine Menge Geld, wo man ran könnte. Und da gibt es Propheten. Dann könnt ihr einen Spruch auf ihr mit. Dann könnt ihr nichtторовig macht. behave an.